In Innsbruck bin ich jetzt mit dem Professor für internationale Politik und Russland-Experten Gerhard Mangott verbunden. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Mangott, Russland spricht heute davon, dass der Krieg mit der jetzigen Großoffensive im Osten der Ukraine in eine neue Phase geht. Wie wird sich das denn unterscheiden von den Kämpfen, die wir seit dem 24. Februar gesehen haben? Nun, den Krieg begonnen hat Russland mit einem multidirektionalen Angriff. Angriff von vielen Seiten, vom Norden, vom Osten, vom Süden, das ist im Norden ja ganz erheblich fehlgeschlagen. Es wurde Kiew eben nicht eingenommen und auch nicht andere nordukrainische Städte. Jetzt will man sich konzentrieren, will die Truppen, will das Gerät konzentrieren auf eine kleinere Zone, auf die Provinzen der Ukraine, Donetsk nämlich und Luhansk, und dort das Territorium erobern. Das ja eigentlich nach der Anerkennung dieser beiden sogenannten Volksrepubliken durch Russland im Februar zum Staatsgebiet dieser angeblich neuen unabhängigen Staaten gehören soll. Also das ist die Strategie, aber was ist das Ziel, das Putin jetzt verfolgt? Nun, die Eroberung des Donbass, das ist das Minimalziel, das er erreichen muss. Denn sonst würde man sich die Frage stellen, wozu gab es diesen Krieg überhaupt? Denn die offizielle Rechtfertigung für diesen Krieg in der russischen Propaganda ist ja, dass die Russen und die russischsprachigen in der Ostukraine eben in diesem Donbass durch einen Völkermord bedroht seien und Russland eben keine andere Wahl habe, als einzugreifen, um diese Menschen vor der Ermordung zu retten. Wenn man dann es aber nicht schafft, militärisch diesen Donbass insgesamt einzunehmen, dann stellt sich natürlich die Frage, sowohl in der Bevölkerung Russlands, aber auch im Militär- und Sicherheitsestablishment des Landes, wozu dieser Krieg? War der Krieg dann nicht ein Fehlschlag? Und das kann sich die russische Führung keineswegs leisten. Und wenn das gelingen würde, dass Russland wirklich den Osten der Ukraine, die Donbass-Region einnimmt, militärisch dort gewinnt, können Sie sich vorstellen, dass Putin dort Halt macht, dann aufhört? Das ist keineswegs sicher. Wenn es eine schnelle Eroberung werden wird, mit relativ geringen russischen Verlusten, kann es auch sein, dass man dann von Osten und vom Süden vorstößt bis an den Fluss Dnieper, der das Land, die Ukraine teilt. Wenn diese Eroberung aber schleppend und blutig verläuft und sich hinzieht, dann könnte es schon wahrscheinlicher werden, dass die russische Seite sich zufrieden gibt mit dem dann im Süden und im Osten eroberten Gebiet. Kommen wir wieder zu den Entwicklungen des heutigen Tages. Da hat die russische Seite gesagt, für Mariupol will man einen humanitären Korridor errichtet haben. Was sagt Ihnen das, auch wenn man das vergleicht mit der Art und Weise, wie Russland etwa in Butscher vorgegangen ist? Nun, für Mariupol hat man schon viele humanitäre Korridore angekündigt, über die die Zivilbevölkerung aus dieser Hafenstadt hätte fliehen können sollen. Aber es ist nie dazu gekommen, dass nennenswerte Bevölkerungsteile tatsächlich die Stadt, die umkämpfte Stadt verlassen konnten. Also ist es fraglich, wenn jetzt russische Agenturen melden, dass 700 Zivilisten aus Mariupol über einen solchen Korridor die Stadt verlassen haben. Ob das nicht nur Propaganda ist? Und selbst wenn es wahr ist, 700 sind natürlich sehr, sehr wenige Menschen. Wie schätzen Sie das denn insgesamt ein, welches Schicksal den Menschen droht, die jetzt noch in der Stadt sind? Nun, sie leben seit Wochen schon unter unmenschlichen Lebensbedingungen, mit wenig Nahrung, mit wenig Wasser, ohne Strom, ohne Heizung. Die, die verbleiben, werden dann unter Besatzung Russlands stehen. Und wozu russische Besatzungsgruppen in der Lage sind und bereit sind, das haben wir in Butscher und in anderen nordukrainischen Städten gesehen. Also als Zivilist in dieser Hölle überleben zu müssen, ist eine sehr, sehr große Herausforderung und eigentlich eine veritable Tragödie. Europa, die Europäische Union, die schaltet sich nach wie vor mit Waffenlieferungen und auch mit finanzieller Unterstützung für die Ukraine in diesem Krieg ein. Wie lange kann denn das jetzt so weitergehen? Nun, es geht eigentlich nicht darum, ob jetzt westliche Staaten Entschlossenheit zeigen oder Führungsstärke. Wichtig ist, ist die Effizienz dieser Waffenlieferungen ausreichend, um die Ukraine in die Lage zu versetzen, den russischen Vorstoß einzudämmen oder sogar aufzuhalten. Wenn diese Chance besteht und manche Militärexperten bejahen das, dann macht es guten Sinn, jetzt auch schwere, teure, moderne Waffensysteme zu liefern. Wenn man aber nicht daran glaubt, dass die Ukraine letztlich obsiegen kann oder zumindest Russland am Gewinnen verhindern kann, dann bedeuten solche Waffenlieferungen eigentlich nur eine Verlängerung des Krieges und damit eine Verlängerung des Leidens. Die Effizienzfrage, die stellt sich auch bei den Sanktionen. Europa will ja Moskau mit diesen Sanktionen unter Druck setzen, damit Putin sich diesen Krieg nicht mehr leisten kann und damit auch sein politischer Rückhalt in Russland schwindet. Das ist zumindest das Ziel. Nach etwa zwei Monaten dieses Krieges, was kann man denn sagen, wie weit Europa damit gekommen ist? Wirklich nicht weit. Nämlich, wenn man wirklich erwartet hat, dass man durch diese Sanktionen oder vielleicht noch zukünftige Putin dazu bringen könnte, den Krieg zu beenden, diesen ganzen Angriffskrieg auszusetzen, dann muss man sagen, diese Erwartungen haben sich bis jetzt nicht erfüllt und werden sich auch nicht erfüllen. Wenn die Erwartung ist und das Ziel dieser Sanktionen war, Russland zu bestrafen, so ist das durchaus gelungen. Mit hoher Inflation, wirtschaftlichem Einbruch, einem deutlichen Einbruch, der heuer mindestens 12 Prozent des BIP ausmachen wird, hat man Russland schon deutlich bestraft. Die Zentralbankdirektorin Nabyulina hat heute auch gesagt, wir spüren erst die Vorboten dieser Sanktionen. Es wird noch schwieriger werden für die russische Seite. Also im Sinne der Bestrafung, ja, da waren die Sanktionen erfolgreich, aber Sanktionen werden eigentlich verhängt, weil man einen anderen Staat mit den Sanktionen zwingen will, sein Verhalten zu ändern. Und das hat Russland bis jetzt nicht getan und wird es auch durch noch härtere Sanktionen, wie etwa ein Öl- oder Gasembargo, nicht tun. Herr Professor Mangott, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für die Expertise. Sehr gerne.